Vielen lieben Dank, so freut man sich doch hier begrüßt zu werden. Traumhaft. Das geht gleich weiter mit gesunder Ernährung. Wir haben uns aber gedacht, wir gehen ein bisschen weg vom Gemüse und hin zum Obst. Der Trend geht ja eh zum Zweitobst. Und wir beginnen gleich mit einem Song von den Ärzten. Die Ärzte haben damals Anno Domini einen Song namens Teenager Liebe geschrieben. Der funktioniert dann wie folgt. Teenager Liebe, Teenager Liebe. So, aber wir haben einen deutlich vitaminreicheren Beitrag gefunden, nämlich Die Nektarine. Und ihr? Die Nektarine. Traumhaft. Die Nektarine. Ich liebe sie. Die Nektarine. Ich träum von ihr. Die Nektarine. In meinen Träumen. Die Nektarine. Teil ich sie mit dir. Die Nektarine. Doch wenn ich aufwache. Die Nektarine. Dann fällt mir wieder ein. Die Nektarine. Es könnte auch. Die Nektarine. Ein Pfirsich sein. All right, ladies and gentlemen. Das sei Geschichte von einem kleinen Apfel auf der Suche nach Freiheit. I feel looking for freedom. I feel looking so long. I feel looking for freedom. Still the search goes on. Okay, wo sind die Hände? I feel looking for freedom. Am Arm. I feel looking so long. I feel looking for freedom. Still the search goes on. Wir wollen aber Äpfel und Birnen nicht miteinander vergleichen. Deswegen haben die Birnen einen eigenen Song bekommen, natürlich. Ich komm nach Haus mit nem Netz voll Birnen. Er kommt nach Haus mit nem Netz voll Birnen. Was soll ich tun mit nem Netz voll Birnen? Was soll er tun mit nem Netz voll Birnen? Immer quitten in die Fresse rein. Immer quitten in die Fresse rein. Da 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 da. Kütten in die Fresse. I can see Tronen and now the rain is gone. I can see all old sticky looks inside my way. I can see Tronen and now the rain is gone. But it's gonna be a bright, 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 bright and sunshiny dude It's gonna be a bright, 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 bright and sunshiny dude Jetzt nochmal zum Abschluss, um den kürzlich verstorbenen Leonard Cohen nochmal zu würdigen Ein Song von ihm, das war auch so ein Früchtchen Es gibt da eine leckere Frucht, die schmeckt so gut, das ist ne Wucht Wenn ich sie seh, dann schrei ich Halleluja Besonders lecker ist ihr Saft als Nektar aus nem Tetra Pak Passionsfrucht heißt sie oder Maracuja 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 Maracuja